Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht! Wer ist schuld an meinem Unglück? An meinem Unglück? An meinem Ärger? Wer ist der Feind? Wer birgt mich am Tag meines Unheils? Wer versteht mich? Bei wem bin ich aufgehoben? Wo bin ich sicher? Wer ist der Feind? Jesus sagt zu uns, betet füreinander, nicht nur, wenn ihr einer Meinung seid! Betet für die, die gegen euch sind! Liebt einander! Liebt einander! Kommt alle zu mir, die ihr schwere Lasten zu tragen habt! Ich will euch Ruhe verschaffen! Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe! So wie ich euch geliebt habe! Kommt alle zu mir! Bei ihm ist Freude in Fülle! Hoffnung! Leben in Fülle! Er allein schenkt Heilung! Er gibt den Müden Kraft! Er heilt die gebrochenen Herzen! Ich habe zu dir geschrien! Und du hast mich geheilt! Und du hast mich geheilt! Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht! Habt keine Angst! Ich bin bei euch! Ich bin bei euch! Ich bin bei euch! Alle Tage! Ich bin bei euch! Alle Tage! Bis zum Ende der Welt! Bis zum Ende der Welt!